Hallo an alle Jura hier vom Pflegekanal. Willkommen zum neuen Video. Nun aus der Reihe über den Mund und die Mundhygiene habe ich zwei Videos, die praxisbezogen sind, vorbereitet. Das war die Unterstützung bei der Mundpflege und die Übernahme der Mundpflege. Für heute will ich mich mit dem Thema spezielle Mundpflege befassen. Eine spezielle Mundpflege ist notwendig, wenn der Patient schwer krank ist und mit offenem Mund atmet, der Patient in Koma liegt, bei Patienten nach einer OP im Mundbereich, nach einer Strahlentherapie oder bei Patienten, die im Sterben liegen. Da der Mund einer der wahrnehmungsintensivsten Bereiche des menschlichen Körpers ist, bekommen die Menschen in der Regel jede Berührung im Mund mit. Deswegen muss eine spezielle Mundpflege sehr behutsam und langsam mit viel Geduld und Mitgefühl gemacht werden. Bei der klassischen Mundpflege haben wir Patienten, die ihre Nahrung oral, also über den Mund zu sich nehmen. Wie erwähnt, nehmen die Patienten, die eine spezielle Mundpflege benötigen, die Nahrung oftmals parenteral zu sich. Deswegen muss bei der speziellen Mundpflege nicht unbedingt eine Zahnbürste verwendet werden. Wenn doch eine benötigt wird und der Patient hoch gefährdet ist, sich zu verschlucken oder Wasser zu aspirieren, dann sollte diese möglichst eine Absaugfähigkeit haben. Zur Positionierung des Patienten sollte gesagt werden, dass die beste Position immer noch die aufrechtsitzende ist. Da dies bei Schwerstkranken oftmals nicht möglich ist, wird das Oberteil des Pflegebettes leicht hochgefahren, so dass der Kopf sich in erhöhter Position befindet. Wenn es möglich ist, wird der Kopf des Patienten zur Seite gedreht, so dass der Überschuss an Flüssigkeit während der Mundpflege natürlich abfließen kann. Zusätzlich wird dafür ein Handtuch unter das Gesicht des Patienten gelegt. Bei Patienten, bei denen diese Position nicht möglich ist oder wenn der Patient seinen Kopf nicht stillhalten kann, ist eine seitliche 45 bis 90 Grad Position anzuwenden. In unserem Fallbeispiel haben wir einen Patienten, der an Alzheimer-Demenz erkrankt ist und deswegen über eine PEG-Sonde ernährt wird. Die Mundhöhle hat ihre natürliche Aufgabe verloren und muss regelmäßig mittels einer speziellen Mundpflege gereinigt werden. Vor der Reinigung der Mundhöhle muss eine Mundinspektion durchgeführt werden. Für die Reinigung der Mundpflege und der Zähne werden spezielle Schwämme, sogenannte Mundpflegestäbchen verwendet, die in Bepanthenlösung getränkt werden. Wenn keine solche Lösung vorhanden ist, kann man auch auf frisch gekochten, lauwarmen Salbei-Tee zurückgreifen, da dieser eine antiseptische Wirkung hat. Die Schäbchen sollten nur feucht und nicht zu nass sein, damit keine Flüssigkeit aspiriert werden kann. Die Pflegekraft arbeitet sich von der einen Seite zur anderen Seite vor und befeuchtet alles schön. Wenn die Mundhöhle gut befeuchtet ist, beginnt die Pflegekraft mit der Entfernung der Borken, die durch die Mundatmung entstehen und sich besonders unter dem Gaumen, auf der Zunge oder in den Wangentaschen befinden. Diese werden mit den Stäbchen zur Seite nach unten und dann nach draußen gezogen, mit leichten drehenden Bewegungen, so dass sie am Schwamm hängen bleiben. Die Mundpflegestäbchen werden langsam in den Mund geschoben, so dass die Pflegekraft immer einen Blick darauf hat, wo sich das Stäbchen befindet. Es ist darauf zu achten, dass das Stäbchen nicht zu tief eindringt, damit ein Würgereiz vermieden wird. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis die Mundhöhle sauber ist. Es folgt die Reinigung der Zunge mit einer Zungenbürste, die die Belege von der Zunge entfernen soll. Zungenbelege können Mundgeruch verursachen und sollten daher entfernt werden. Behutsam dringt die Pflegekraft in den Mundraum ein und setzt die Bürste so weit hinten wie möglich auf der Zunge ab. Mit festen, aber vorsichtigen Bewegungen zieht die Pflegekraft die Zungenbürste von hinten nach vorne. Dies wird in der Regel mehrmals wiederholt. Auch hier geht die Pflegekraft sehr behutsam mit dem Patienten um und achtet darauf, dass die Zungenbürste nicht zu tief in den Mund kommt und so einen Würgereiz auslöst. Wenn die Mundpflege beendet ist, bleibt der Patient in dieser Position noch weitere 15 Minuten, damit Flüssigkeit, die sich eventuell noch in der Mundhöhle befindet, ausfließen kann. Nach Ablauf der Zeit wird der Patient in eine angenehme Position gebracht. Die beschriebene Mundpflege wird zweimal am Tag durchgeführt, morgens und abends. Dazwischen wird alle zwei Stunden die Mundschleimhaut mit dazu passenden Mitteln befeuchtet. Dieses Video wird präsentiert von Ideal Pflegeteam, der innovative ambulante Pflegedienst für das Rhein-Main-Gebiet. Ich hoffe, das Video war nutzbar für euch. Wenn ja, dann teilt es weiter auf Facebook, Instagram, wo auch immer ihr seid. Nutzt die Kommentare und schreibt mir eure Erfahrungen oder vielleicht Ergänzungen zu diesem Video. Des Weiteren abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ein neues Video rauskommt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und wünsche eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video auf dem Pfle-Kanal.